Ein ganz herzliches Moin ihr Lieben! Ihr wollt euer Zuhause smart machen, seid euch aber nicht so richtig sicher, welche Homematic IP-Zentrale für euch die richtige ist? Dann seid ihr in diesem Video richtig, denn ich zeige euch heute die Unterschiede zwischen den verschiedenen Homematic IP-Zentralen. Zunächst einmal ist es so, dass ihr alle Anwendungsbereiche, wie zum Beispiel Zutritt, Licht, Rollladensteuerung oder aber auch Raumklima mit jeder Basisstation abdecken könnt. Aber es gibt eben Unterschiede in den einzelnen Basisstationen, was die Technik dahinter angeht. Und da würde ich euch zunächst einmal gerne den Access Point zeigen, der Funk Access Point, der grundsätzlich mit allen Funk-Produkten sprechen kann. Eingerichtet und bedient wird dieser Access Point mit der Homematic IP-App. Die Homematic IP-App arbeitet zusammen mit unserem sicheren Cloud-Server und darüber findet dann auch die Verbindung statt. Das heißt, euer Smartphone stellt eine Verbindung zu unserem Cloud-Server her und der Cloud-Server wiederum spricht mit dem Access Point, an dem die jeweiligen Geräte angelernt sind. Hier haben wir natürlich die Möglichkeit, auf externe Dienste wie zum Beispiel Amazon oder aber auch Google Home oder auch ein Philips Hue System zuzugreifen. Allerdings in Form von Cloud-Verbindungen. Falls ihr jetzt meint, dass bei Ausfall der Internetverbindung das Licht ausbleibt, wenn ihr nach Hause kommt oder auch die Heizung keil ist, dann kann ich euch beruhigen. Denn die meisten Funktionen liegen direkt in den Geräten, die am Access Point angelernt wurden. Falls ihr nicht mit Funk-Produkten arbeitet, sondern mit kabelgebundenen sogenannten Bus-Produkten, dann benötigt ihr den Homematic IP Wired Access Point. Hier werden sogenannte Homematic IP Wired Geräte per Draht, per Bus angeschlossen. Die Kommunikation erfolgt also über eine Leitung zwischen den einzelnen Produkten. Ansonsten ist dieser Access Point genauso wie der Funk-Access Point über die Homematic IP App steuerbar. Natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, den Wired Access Point in Kombination mit einem Funk-Access Point zu verwenden, falls ihr eine Mischinstallation aufsetzen wollt. Für die Technik-Enthusiasten unter euch, die viel Freude am Programmieren haben, gibt es noch die CCU3. Die CCU3 ist ein lokales System, arbeitet also ohne die Homematic IP Cloud. Das heißt auch, dass ich nicht einfach aus der Ferne auf diese Zentrale zugreifen kann, anders als es beispielsweise beim Funk-Access Point oder beim Wired Access Point der Fall ist. Dafür lässt die CCU3 eine höchst individuelle Programmierung zu und kann unter anderem durch Zusatzsoftware an eure Wünsche eingepasst werden. Bitte bedenkt bei der CCU3, dass ihr hier nicht die Homematic IP App einsetzen könnt. Und nun kommen wir zu unserer neuesten Zentrale, die Home Control Unit. Sie vereint die Vorteile aus beiden Welten. So haben wir einerseits die Möglichkeit, mit der Homematic IP App hier zu programmieren und auch zu bedienen. Also das, was ihr bereits von unserem Funk- und Wired Access Point kennt. Aber des Weiteren handelt es sich hier um eine lokale Zentrale, die keine Verbindung zum Internet benötigt, die keine Cloud-Abhängigkeit hat. Also ähnlich dem ist, was ihr von der CCU3 kennt. Des Weiteren könnt ihr mit der Home Control Unit noch individueller programmieren, als es hier mit dem Access Point der Fall ist. Und die Geräteanzahl, die Anzahl an maximal annernbaren Geräten, ist auf 350 Produkte erhöht worden. Obwohl wir es hier mit einem hohen Grad an Individualisierung zu tun haben, könnt ihr weiterhin von der Einfachheit der Homematic IP App profitieren. Zusätzlich gibt es noch eine webbasierte Oberfläche, in der ihr tiefergehende Konfigurationen des Systems anpassen könnt. Ich hoffe, dieser Überblick hat euch geholfen bei der Auswahl der passenden Zentrale. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, welche Zentrale ihr bereits nutzt oder aber auch zukünftig vielleicht verwenden werdet.